hi leute ich bin erst ganz aufgestockt und bin verständlich und zwar mache ich heute meinen ersten blog und wenn ihr wollt dass ich mal und ich mache mir nachher ein leckeres frühstück also frühstück ist nicht aber ja und wenn ihr mal wollt dass ich ich muss den namen verdenken schreibt unten in die kommentare denn ich habe ja schon mal geprint aber ich musste alles lösen und ich habe noch einen süßen spruch den hatte ich auch von parley und zwar diesmal und macht mal wird das ist echt schön lassen von engel handelt es sich und ja wenn ihr das wollen schreibt uns in die kommentare als was ihr euch fragt ich kann kein fernseher und heute ist auch der vierte adress und bald ist weihnachten ich zeige euch mal die puppen die ich vielleicht bekomme und hoffentlich ich bekomme ich muss kurz meine witte fallen mom und dann darf ich heute im toilet also derzeit ist jetzt so 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 Ich will nicht die Gefühle, die Gefühle wird dich, wenn es auch kann. Ich muss fast gestehen, trinkt es auch zu Rio. Ups, sorry. Ich will nicht, ich will immer besser. Ich schreibe jetzt einfach mal auf der Rei. Das ist ein Respekt. Ups. Ups, signen Sie weg! Nein! Wir wollen alle von euch richtig schüren sein?! Ja, 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 ja! Ups, 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 Ups! Ups, Ups, Ups! Also, jetzt nochmal Geld schreiben! Wir müssen Wunz, Ups, Ups heiraten und dann eine Familie mit ihm gründen! Entweder das oder der Akettenschock ist weg! So ein Kamer gibt da Schlimm nicht her! Oh, mein Astor, wir werden so glücklich miteinander sein und absolut nicht, wirft unsere Liebe jemals etwas an. Okay. Hä, es findet irgendwie nichts, also... Ich schreibe einfach mal ganz daheim. Mein Erwärter heißt Suchtzeitküle. Huch das bitte. Ah, da haben wir was gefunden. Es gibt ja diese neue Zombie-Gaga, aber die kostet viel. Und zwar wünsche ich mir von meiner Patentante, die kauft mir etwa vier Puppen, also bis 100 Franken darf ich mir auswählen. Und zwar will ich diese Silber-Timberwolf, heißt die, glaube ich, ja, Silber-Timberwolf, die will ich mir holen. Die ist wahrscheinlich mein neues Monster. Ja, und die kostet nur 39 Franken. Ich bin gerade mal Heli. Da geht's mir noch diese Claudine. Ich will, ich will die wie bei kurz Alkohol kühlen. Wie sieht die aus? Jetzt will ich die auch holen. Nee, die sieht nicht wirklich sehr hübsch aus. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Okay, warte kurz, bis das Heli gelandet hat, hole ich euch wieder zurück. So, es geht wieder und dann möchte ich mir Catrille-Grußelschiff holen. Und Claudine-Grußelschiff. Dann noch... Dele-Chushora-Jones. Und dann noch... Autsch. Und dann noch diese Welt hier, also mit dem Dreierbett. Aber ich glaube, die kann ich mir nicht holen, weil es dann schon über 100 wäre. Deswegen wahrscheinlich Catrille-Grußelschiff. Und das war's mit dem ersten Teil. Dann... Also ich weiß, es ist vielleicht schon über 100, aber ja. Sei wahr. Genau. Und das war's mit dem ersten Teil. Ich hoffe, es war's. Malo, dann bis zum zweiten Teil. Bye!